Einen wunderschönen guten Tag, wenn du dazu kommst, zu einer neuen Folge von Goat Simulator 3. Wir sind hier in einem neuen Gebiet, in Suburbsville genauer gesagt. Und tschüss. Homer Lewis. Du da. Mami. Ja. Hier gibt es irgendwo wieder ein Ereignis. Kunststückchen. Okay, was muss ich machen? Ich habe einen Cap auf. Ich glaube, er kann einen Cap aufhaben. Blumenkranz? Komm, wir nehmen den Blumenkranz. So, 42.000. Ich sage jetzt einfach mal Credits. Aber ich könnte mir eine neue zieht. Guck mal, den Tony Shark kann ich mir kaufen. Oder. Am nutzlosesten Sushi. Oder die Giraffe könnte ich mir auch kaufen. Komm, wir kaufen Tony Shark. Da. Sein Fell. Kann ich... Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Haha. Okay. Dann. Mach mal. Beim Fell. Lava. Okay. Kann der gar nicht, oder was? Adat ist für die Ziegen. Scheiße. Naja. Das war jetzt ein bisschen doof. Mach mal was halt gefärbt. Mach mal... Mach mal einen... Blauen. Und einen blauen Hai. So. Regenschuhe bei... Bein... Wie können wir lassen die Götter? Ähm. Ja. Okay. Nicht Tony Shark. Ja. So. Besser wäre man noch nicht, was ich mit diesem Kunststückchen machen muss. Hilft dabei, die Skulptur zu erschaffen. Wie hier? Okay. Dann brauche ich wohl noch mehr Menschen. Oder vielleicht hier. So. So ein Blumentopf. Kann ich nicht. Okay. Ey. Komm mal her. Ach. Leck mich doch. Dann halt das Fahrrad. Junge. Und das scheiß Fahrrad mit. Ja man. Nee. Funktioniert nicht. Okay. Wenn ich hier... Oh shit. Wolfschläger. Geht es damit? Ah. Sehr gut. Kunststückchen. Ich mag es. Picasso. Na ich will wieder zur Ziege wechseln. Nehme mir wieder Pilgore. Ähm. Und beim Fell nehme ich natürlich wieder das Geschmolzene. Ja. Okay. Wie lange brauche ich noch beim verdeckten Konsortium? Ja. Wahrscheinlich noch 5 Punkte. Ah ne. Noch 2. Okay. Na dann. Bringe vom höchsten Sprungbrett. Ah. Da muss ich aber in den Wasserpark gehen. Frage ist halt... Wo ist der? Das der? Ne. Das ist ein Ikea. Komm. Hier können wir auch mal reingehen. Hm. Alles kaputt. Oh. Was ist los? Ah. Was ist euer Problem? Da hinten ist noch ein Ereignis. Warte mal. Die Karte auf. Ähm. Ah. Da hinten ist Poolparty. Okay. Ist es so in Eile? Na komm. Okay. Hier ist irgendwo was. In der Nähe. Was ist hier drin? Schweden baut auf. Okay. Hilf Sven ein Stück Schweden zu bauen. Okay. Hm. Was ist? Oh jeez. Wir sind nur Ereignisern. Was ist? Ja. Wie baue ich ihn bis jetzt? Oh. Hoppala. Hm. Alles kaputt hier. Sehr gut. Was ist denn der andere? Was ist denn der andere? Jesus. Ja, aber wie baue ich denn ein Stück Schweden? Das ist jetzt natürlich die Frage. Oh, komm mal her. Möbel geleckt. Ja. Wo ist es hin? Da. Melvin. Du bist im Weg. Okay. Ich mach das mal weg. Hm. Also. Gehen wir nochmal rein. Ha? Irgendwas habe ich gemacht. Nimm das mit. Hallo. Ja. Was ist los? Polizei. Ist auch noch was? Ein Brett? Ei. Äh. Das Bild nehmen? Nee. Gerade. Die Tür? Nee, das geht auch nicht. Hast du irgendwo noch mehr so? Aha. Nimm das alles mal mit hier. Ja. Oh boy. Guck mal. Wir bauen dir ein Stück Schweden. Ja. Zwei Teile noch. Na komm, meine kleine Ziege. So. Und jetzt das noch. Da ist noch mehr. Ja. Ein Teil fehlt noch. Wo hast du das denn? Ah, hier. So. Ui. Du hast Teleport gebaut. Haha. Guck mal. Ganz viele Schweden haben wir jetzt. Okay. Ich bin aufgestiegen im Rang. Das ist super. Hier haben wir auch gleich den Ziegenturm. Dann können wir hier direkt reingehen. Und direkt die nächste Belohnung freischalten. Na. Wunderbare Sache. Okay. Na dann. Belohnung erhalten. Let's go. Alright. Was ist jetzt? Ein Thron. Nice. Halt mal her das gute Stück. Protectes Konsortium ist der Erfolg, den ich jetzt gerade bekommen habe. So wie ihr es hört, ich spiele es im Epic Games Store. Hallo. Oh, guck mal. Die verbeugen sich von mir. Neue Ausrüstung. Ziegenkönigin. Verwende F, um deine Armee herbeizurufen. So, weißt du was? Wir sitzen mal. Ja, guck mal. Das ist meine Armee. Das ist sehr... Eine sehr schlechte Armee, so wie es aussieht. Ähm. Was habe ich hier für den... Okay. Das behalte ich für den Kopf. Komm. Das können wir behalten. Das sieht gut aus. Dann können wir wieder raus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Mach moderne Kunst nur mit Menschen. Dinge vom höchsten Sprung. Da oben ist Aquapark. Na komm. Na komm, wir werden auch noch Möbel gewesen. Ja, das sieht sehr entspannt aus, was du hier machst. Hm. Wie ist denn der Eingang hier? Da oben wahrscheinlich. Da ist auch noch ein Ereignis, aber ich will erstmal hier in den Wasserpark. So. Lass mich rein hier. Danke. So, wollen wir das... Ah, da ist das höchste Sprungbrett. Okay. Was? Oh mein Gott. Ich bin doch nur eine Ziege. Oh. Geh mal weg da. Alle hopp. Nice. So, das hat man erledigt. Da oben habe ich gerade noch was gesehen. Ah, okay. Ein Schwimmring. Und hopp. Ja. Binde, was sich in der Kanalisation versteckt. Okay. Also den Schwimmring können wir wieder wegmachen. Ich will die Flügel. Da. Gut. Dann mal hier haben wir noch Ereignisse in der Nähe. Dann ab da hin. Ah, da hinten ist es. Was ist es denn? Show me. No loot here. Den Scheiß hier weg. Was haben wir hier? Ende der Welt. Ach, die Sammlerstücke. Ja. Stattet den Bunker mit super wichtigem Zeug aus. Okay. Du kannst haben einen Mülleimer. Ja. Du kannst haben Milch. Ist zwar nicht so lange gut, aber besser als nichts. Und dann kannst du noch haben einen Stuhl. So. Yeah. Ende der Welt. Willkommen zum Kult. Kann ich hier rein? Das kann ich tatsächlich. Hi. Das ist Geheimgesellschaft. Da braucht... Ich brauche noch 30 Punkte bis zur Geheimgesellschaft. Okay. Ja. Was hast denn du so hier unten? Aha. Klopapier. Cool. Okay. Das kann ich als Klopapier als Schuhe. Nee. Das gefällt mir nicht. Will ich die Guetta behalten? Was haben wir hier? Emergency use only. Oh. Oh. Okay. Und den Hammer mit. Scheiß drauf. Komm. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus hier. Was ist das denn für ein geiles Gefährt, was ich jetzt sage, gerade gefunden habe? Gleich mal her das gute Ding. Oh yes, baby. Wie hinten noch irgendwas versteckt? Nee. Das nenne ich doch mal eine Hube, ja? Na, guck mal. Hier ist, äh... Genau. Hier ist die Welt untergegangen. Also, die Atombombe haben wir hier platzen lassen. Das ist auch eine Statue. Okay. Was ist denn hier drin noch? Ich dachte, das haben wir schon. Das hier... Oh, nee. Hinter dem Haus. Ah, wahrscheinlich da unten. Ja. Der Ballerina-Effekt. Ei besitzt zur Perfektion. Mach ich das? Ah. Aha. Okay, jetzt gibt es einen Tornado. Sehr gut. Nice. Jetzt bin ich eine prima Ballerina. Auch gut. Ich will aber gerne... Ich wollte eigentlich da oben landen. Aber okay. Weil da oben ist ja... Da... Ja, da oben. Hier. Die... Statue. Ja. Na, komm. Jawohl. So. Ähm. Ich will aber auch keine... Ja, wobei, die prima Ballerina können wir lassen. Das sieht lustig aus. So. Komm mal mit dem Tornado da hinten. Okay. Ja, wir sagen, haben wir es für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020